Hi, ich bin Anna und ich male gern. Heute hatte ich so richtig Lust, diesen Tiger umzusetzen. Ich verwende dafür Gouache-Farben und ein Skizzenbuch mit getöntem Aquarellpapier. Nachdem ich die groben Orientierungslinien übertragen habe, zeichne ich die schwarzen Fellmuster freihand ein und beginne anschließend mit der Wasseroberfläche. Und was soll ich sagen? Mit dem flachen Pinsel und nach mehreren Schichten Farbauftrag ist diese so richtig nice am Ende geworden. Die Fellstrukturen und den Rest des Tigers male ich nun von links nach rechts, weil es so bequemer für mich ist. Dabei gehe ich immer nach dem gleichen Prinzip vor. Erst die Mitteltöne flächig auftragen und dann die dunklen und hellen Haare als Linie in Wuchsrichtung einzeichnen. Das vollständige Video findest du hier auf meinem Kanal. Ich setze einen Link in die Kommentare. Am Ende freue ich mich immer auf das Abziehen der Klebestreifen. Mein Bild ist nun fertig und jetzt bist du dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.